Musik So meine Freunde und damit herzlich willkommen zur EM Prediction von uns Deutschland gegen Portugal Ich gegen Ghost Was ist dein Tipp? Wie geht das aus? 3-1 für Deutschland Haben mich tatsächlich auch getippt, wäre auch mein Guess Also ich glaube, ich klatsche jetzt 8 Uhr vorm Feld Aber ich glaube heute Abend, ich hoffe, dass Deutschland das gewinnt Ich sehe die Stöße ganz anders Ein bisschen Ja, 2 Wer war das Dreh-Auswechsel? Nein, krass, ich bin voll aufs Threaten Ich schnapp dir den jetzt mal nicht weg, direkt am Anfang Du musst, ja, das ist das, was du bei PES übelst aufpassen musst Bei FIFA hätte ich jetzt auf jeden Fall den Ball getroffen Oder der hätte vorher aufgehört zu grätschen Hier, wenn du grätschst, guck mal Der rutscht halt voll weiter und wichst den Koppel weg Also da musst du bei grätschen und so echt aufpassen Boah Schön Achso, kann sein, dass du die falsche Steuerung, das warte mal Kannst du da auch steuern? Sonst drück du mal Stopp Ja, nehmen wir auf Einstellung Ja, vielleicht nicht auf Kamera Einstellung Wow Ja, nee, warte Nee, geh mal zurück, vielleicht ist es irgendwo anders Vielleicht auf Hilfe Ja, aber Nein, da komm ich nicht Okay Boah, Alter, wie gut ist denn dein Torwart Ergänne mich bitte dran, dass wir das vor dem nächsten Game machen Die Steuerung, ne Ja Bei Team W ist Steuerung Ja, dann drück noch mal Stopp Prost Team W Ja, da bei Team W Achso, nein, okay Ja, ist egal Dann machen wir das nachher Ich kriege ihn zu euch, gut, danke Hoffe euch geht's auch gut Alter, wo Hä, was Wohin Winkel Oh, schade Aber schießen und flanken ist normal Ich glaube Kopfbälle sind so schwer Komm hoch da Und direkt Der Schiri pisst dich mal, Junge Guck mal, wie der vorbeiläuft Ist von Müller K.O. geschossen, Alter Da, Rüdiger, beiß den Sauber Rüdiger ist heute bissig Boah, Alter, wer ist das denn? Das wäre übelst schnell Alter, da liegt immer noch einer Ja, fair play auf jeden Fall Dass du den Ball nicht uns ausspielst Irgendwann Boah, Alter Jürgen, der ist ja anders schnell Das ist wie im Schalkestadion Da oben blendet die Sonne volle Möhre Und da unten ist voll Schatten, Junge Da unten brauchst du einen Schal Ja, wenn das auch unentschieden ausgeht Das passt halt eigentlich ganz gut Zu der EM Ich muss nachher mal Arscher fragen Für die Spiele, die wir irgendwann aufnehmen Für die K.O. Runde Muss mir einstehen, dass es dann ja weitergeht Das heißt Verlängerung etc Typischer Neuer Typischer Neuer Hey du Treter Boah Alter, wie schnell Deine sind alle übelst schnell Und ich werde hier nur getreten Getreten, getreten Getreten, getreten Der hat dann auf mich getanzt Das ist ja gut Guck, wie das hier blendet, Jocke. Boah. Sorry. Beigespielt. Warte, Videobeweis. Bam. Warte, der. Hä, was machst du denn? Ich hab gar keinen Müller, äh, keinen Werner oder so. Sorgisch. Boah, guck mal, wie schnell Hummels ist, Alter. Was? Alter, das sollte ein Ball im Lauf werden. Jetzt hau Dronaldo den aus 30 Meter, ja, hau den bitte, ey, du kriegst so ein 10er PSN, wenn du den von da rein aus. Wirklich? Hm, ist doch ein Deal. Wenn du den jetzt rein aus, kriegst du 10er PSN. Hä, wie schießt man denn da? Hä? Sag, der geht. Schade. Ich dachte, da sind so viele Viecher, so einen Kreis oder so. Ja gut, auch das Spiel wird wahrscheinlich nur Nullers gönnen. Ey, aber mit Frankreich gegen Deutschland waren wir ja mit 0-0 gar nicht so weit davon weg, wa? Ihr Lieben, vielen Dank für euren Sporchen. Checkt auf die anderen Spiele ab. Und auch bis zur nächsten Folge. Und ciao, ciao. Wirklich? 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 Wirklich?